Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo, was ich hoffe wirklich sehr klein bleibt, denn meine Infovideos tendieren eigentlich immer dazu, relativ lang zu werden. Was allerdings neue Abonnenten nicht wissen, da ich meine alten Infovideos auf nicht gelistet oder privat schalte oder lösche, je nachdem, weil die Infos ja nicht mehr aktuell sind. Und ja, ich nenne meine Abonnenten Aboenten, weil ich das super niedlich finde und wir fangen sofort an, bevor ich wieder die 30-Minuten-Marke knacke. Die erste Info ist sehr kurz, sie ist aber mit eine der wichtigsten, da sie mehr oder weniger meine Zukunft und die Zukunft meines Kanals mitbestimmt, denn, wie der eine oder andere vielleicht weiß, habe ich Ende März 2016 bei einer Firma angefangen als Krankheitsvertretung und hatte immer nur sehr kurze Zeitverträge, was es sehr schwer macht, irgendwelche Dinge zu planen. Und ich war dann auch immer relativ vorsichtig, was das Ausgeben von Geld angeht, da ich ja nie wusste, wie lange kriege ich denn jetzt noch Lohn und wann bin ich wieder beim Arbeitsamt und, 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 und. Aber seit August 2018 hat sich dieses Problem tatsächlich gelöst, denn ich habe einen Festvertrag bekommen bei der Firma und das unbefristet. Was für mich jetzt bedeutet, ich kann deutlich besser meine Finanzen auch in die Zukunft planen. Was wiederum bedeutet, ich kann etwas mehr Geld in meinen YouTube-Channel investieren, was wiederum daraus resultiert, dass ich unter anderem zwei neue Konsolen gekauft habe innerhalb von drei Monaten. Ja, ich habe ein bisschen übertrieben, aber das war mir tatsächlich wichtig in dem Moment, denn ich wollte sie haben. Ich möchte die Games zocken, die es auf diesen Konsolen gibt. Welche das sind, verrate ich mal noch nicht. Das werdet ihr sehen, wenn es soweit ist. Was der eine oder andere nicht weiß, das ist, dass ich schon eine Elgato habe seit entweder Anfang 17, glaube ich, vielleicht sogar schon Ende 16. Ich habe auf jeden Fall schon sehr, sehr lange eine Elgato. Jetzt nicht die HD 60, sondern das Vorgängermodell, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich sie gekauft habe, war die HD 60 relativ teuer. Und wie gesagt, ich war sehr vorsichtig mit dem Geld ausgeben. Warum bisher noch keine Konsolenprojekte kamen, ist ganz einfach. Vorher habe ich meine Sachen mit einem Videograpper aufgenommen. Was bedeutet, ich habe den Videograpper an den PC angeschlossen und habe dann aufgenommen. Ich glaube, sowas geht auch mit der Elgato. Die hat, glaube ich, eine Karte, die ich einbauen kann. Aber ich glaube, dass ich trotzdem einen Fernseher brauche. Und das habe ich vorher halt nicht. Ich konnte es auf dem PC spielen. Die Sache ist, ich habe es ausprobiert. Der Delay ist ziemlich groß zwischen dem, was passiert und dem, was ich tatsächlich dann sehe. Auf dem Bildschirm von meinem PC. Und ich musste erst einen neuen Fernseher besorgen. Ich habe zwar einen. Der ist aber... Also den habe ich mitgenommen, als ich bei meinem Vater ausgezogen bin. Da war der schon ein paar Jahre alt. Also er ist jetzt über zehn Jahre alt. Und das ist ein Betonblock. Also wirklich, er ist grau, er ist schwer und er ist unhandlich wie das Tier. Denn es ist ein Röhrenfernseher. Ich bin mal gespannt, wenn ich denn mal dazu komme, den rauszuwerfen, wenn ich mal Sperrmüll anmelde. Ja, wobei ich glaube, ich darf... Ich glaube, Elektrogeräte darf man nicht mehr zum Sperrmüll rausstellen. Ab dem 1. Dezember, das ist natürlich doof. Muss ich meinen Vater fragen, ob er mit mir zum Wertstoffhof fährt. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, ob ich den überhaupt aus meiner Wohnung rauskriege. Weil der so schwer ist, dass ich ihn vermutlich nicht mal von dem... von dem Fernsehschrank runterheben kann. Und entsprechend war es mir mit dem nicht möglich, die aktuellen Konsolenspiele drauf zu zocken. Also ich habe es mal versucht mit einem Spiel, was ich habe. Ich weiß nicht mal, wie es heißt. Das hatte ich mal bei einem Gewinnspiel gewonnen. Ich konnte nicht mal die Untertitel lesen, weil es so grieselig war, das Bild. Also ja, das heißt, ich musste mir jetzt erst den Fernseher kaufen. Das habe ich halt auch erst vor kurzem getan. Damit ich überhaupt spielen kann mit dem Ding. Und jetzt habe ich im Moment nur das Problem, dass ich nicht weiß, wo ich das ganze Zeug aufstellen soll. Ich muss da mein Schlafzimmer für umräumen, denn mein Leben spielt sich mehr im Schlafzimmer ab, da hier mein PC steht, meine ganzen Gaming-Sachen sind, weil im Wohnzimmer kein Platz dafür ist. Ich glaube, mein Schlafzimmer ist größer wie mein Wohnzimmer. Auf jeden Fall, das muss ich erst noch klären, wie ich das mache. Und dann, meine lieben Aboenden, werden die aktuell pausierten Konsolenspiele wieder anlaufen. Also bevor ich irgendein neues anfange, ein neues Konsolenspiel, werden erstmal die alten beendet. Da möchte ich allerdings gerne von euch wissen. Und es wäre schön, wenn es mehr wie nur zwei Leute sind, die mir schreiben, ob sie möchten, dass ich wieder von vorne anfange. Denn ich habe nachgeguckt. Also, Xenoblade Chronicles habe ich zum letzten Mal am 23.11.2013 hochgeladen. Heute haben wir den 25.11.2018. Also vor fünf Jahren habe ich die letzte Folge hochgeladen. Ich habe seitdem das Spiel nicht mehr angefasst. Ich habe nicht mehr so richtig Ahnung, worum es geht. Ich habe keine Ahnung großartig mehr, wie die Steuerung war. Aber mir wäre beides recht. Die Sache ist, gerade bei Xenoblade waren wir relativ weit. Wir waren bei Folge 112. Es würde eine ganze Weile dauern, bis ich wieder dort bin. Aber wenn ihr sagt, ihr möchtet gerne, dass ich wieder von vorne anfange, bin ich die Letzte, die sagt, nein, mache ich nicht. Allerdings bin ich aber auch nicht die Erste, die sagt, ich fange jetzt wieder von vorne an. Denn die Sache ist, und es gibt durchaus YouTuber, die erzählen euch was anderes, aber die lügen. Denn ich mache die Videos nicht für mich, ich mache die Videos für euch. Wenn es nach mir ginge, müsste ich nicht die ganzen Konsolen haben. Ich müsste nicht einen arschteuren PC hier stehen haben. Ich müsste mir nicht die Arbeit machen, in Anführungsstrichen die Arbeit, die Videos nachzubearbeiten, wenn ich sie dann aufgenommen habe, um sie euch schön portioniert fortzusetzen. Die ganzen Nebengeräusche rauszuschneiden, die ihr nicht zu hören habt. Gegebenenfalls Video anzupassen von der Helligkeit, von der Sättigung, was auch immer. Wenn es nach mir ginge, bräuchte ich das nicht. Aber ich mache das für euch. Deswegen möchte ich eure Meinung dazu hören. Wollt ihr, dass ich wieder anfange? Es geht um folgende Spiele. Xenoblade Chronicles, der erste Teil, den zweiten habe ich noch nicht. Und den gibt es auch nicht für die Wii. Warum knarzt mein Kopfhörer so? Keine Ahnung. Also Xenoblade Chronicles, Shadow Hearts Part 1, Final Fantasy 7, Child of Light und auch Vanquish. Vanquish, Child of Light und Final Fantasy 7 könnte ich mittlerweile auch auf dem PC spielen. Ich habe Child of Light auch für den PC. Da könnte es halt, ich glaube die Elgato, ich habe kein 720p Child of Light für den PC, könnte ich auch in 1080p hochladen. Also da könnt ihr gerne differenzieren, welche Spiele ihr wie haben wollt. Ob ich jetzt Final Fantasy 7 auf dem PC zocken will, weiß ich nicht. Es heißt zumindest mal bei Steam, dass der Controller nur, dass es keinen hundertprozentigen Controller Support gibt. Was ich jetzt nicht verstehe, wie die das meinen. Ob die meinen, dass ich halt den Analog Stick nicht benutzen kann, weil es ist ein Playstation 1 Spiel. Da gab es den Analog Stick noch nicht. Da kann ich halt nur mit dem Steuerkreuz arbeiten. Weiß nicht, ob sie das meinen. Oder ob es tatsächlich Sachen gibt, die ich halt nur mit Maus und Tastatur machen kann. Ich habe keine Ahnung. Und Vanquish gibt es mittlerweile auch auf dem PC. Da soll wohl die Grafik besser sein. Da sollen wohl auch noch ein paar Sachen geändert worden sein. Das muss ich mir nochmal genauer angucken, ob es sich dann eher lohnt, das auf dem PC zu zocken. Andererseits weiß ich nicht, wie da die Framerate ist. Auf der PS3 funktioniert das ja eigentlich ganz gut. Ob mein Rechner das so mag, weiß ich nicht. Müsste ich testen. Aber da hätte ich gerne euren Input dazu. Wie gesagt, ich mache die Sachen für euch, nicht für mich. Im Zuge dessen würde ich halt gerne auch mal wissen, wo denn im Moment das Problem ist. Gibt es Dinge, auf die ihr wartet und die kommen einfach noch nicht? Weil ich muss es jetzt einfach mal erwähnen, die Klickzahlen sind extrem scheiße. Vielleicht liegt es auch daran, weil YouTube hat ja was in seinem Algorithmus umgestellt. Und ich glaube, viele von den Klicks, die ich gemacht habe, waren tatsächlich in dieser vorgeschlagenen Leiste drin bei anderen Videos. Aber die sind im Moment relativ schlecht. Und ich habe 685 Abonnenten. Ich würde einfach mal ganz gerne wissen, ob es denn Sachen gibt, wo ihr sagt, davon wollt ihr eigentlich mehr sehen. Und es kommt halt nicht. Oder euch interessieren halt aktuell die Spiele nicht, die ich zocke. Wäre einfach mal schön, wenn wir da ein bisschen kommunizieren könnten. Ich kann euch nicht entgegenkommen, wenn ihr mir nicht sagt, wo das Problem liegt. Ich arbeite auch tatsächlich in einer Abteilung, wo ich darauf angewiesen bin, dass die Leute mir sagen, wo die Probleme sind. Denn ansonsten kann ich die Probleme nicht lösen. Denn das ist so ungefähr so 80 Prozent meiner Arbeit ist, Probleme zu lösen. Die ich aber nicht lösen kann, wenn man mir den Input nicht gibt, wo das Problem liegt. Also ihr habt die Chance, mir zu sagen, was euch im Moment nicht passt oder was ihr erwartet und was ihr im Moment nicht kriegt, weshalb ihr nicht so kriegt. Wäre super. Macht es auch für mich leichter und vielleicht bin ich dann nicht mehr ganz so frustriert, wenn ich sehe, dass es irgendwie nach einer Woche irgendwie trotzdem immer noch zwei Aufrufe sind. Dann weiß ich vielleicht wenigstens, woran ich bin. Das zum einen so. Und weil ich ja so schlechte Kriegzahlen habe, habe ich mir gedacht, mache ich einfach einen Zweit-Channel auf, damit ich da noch mehr von habe. Das war jetzt nicht der Grund, aber die Überleitung hat ganz gut gepasst. Also ich habe einen Zweit-Channel, der nennt sich Nekos Toybox. Nekos, also Nekos Spielekiste. Und also der Name wird schon so ein bisschen Programm sein, im Sinne von, ich möchte mich da einfach ein bisschen austoben. Ich möchte dort Videos machen, die ich nicht auf meinem Haupt-Channel machen möchte, weil ich den gerne ein bisschen mehr Gaming-orientiert halten will, während ich auf Nekos Toybox dann einfach Sachen hochlade, die nichts mit Gaming zu tun haben, sondern vielleicht mit Filmen, mit Serien, vielleicht mit K-Pop, mit vielleicht auch irgendwelchen Meinungsvideos zu irgendwelchen Themen. Ich würde auch gerne wieder ein bisschen mehr Neko-Erklärt machen. Ich möchte die alten Neko-Erklärt-Videos gerne nochmal neu aufnehmen, ein bisschen besser strukturieren, ein bisschen besser aufarbeiten. Ich hatte ja zum Beispiel bei diesem Indizierungs-Video den einen oder anderen Fehler drin, den ich zwar schriftlich nachkorrigiert habe, aber das möchte ich ganz gerne ein bisschen besser machen. Und ich möchte, das ist tatsächlich ein Projekt, was auch als erstes auf meinem Channel kommen wird. Ich möchte gerne etwas machen, was viele vermutlich nicht interessiert, aber mich, da ich mich mit dem Thema ja schon eine Weile auseinandergesetzt habe. Denn ich habe einen Online-Shop, der sich damit auseinandersetzt, der im Moment offline ist, aus Gründen neue DSVGO oder wie die heißt, also diese neue Datenschutz-Grundverordnung und eine neue Verpackungsverordnung, die noch kommt. Ich muss das alles noch ein bisschen aufarbeiten, bevor ich meinen Online-Shop wieder online schalte. Also auf jeden Fall geht es da um sogenannte Bastelboxen. Und auf die Idee kam ich, denn ich habe einfach mal so random nach Adventskalender geguckt. Also ich meine nicht, dass ich jetzt nicht genug Adventskalender hätte für dieses Jahr. Ich habe drei Stück. Zwei davon hat mir Flynn geschenkt. Das ist einmal der von Coca-Cola. Ich weiß nicht mal, ob das der von diesem Jahr ist oder einfach irgendeiner. Die schreiben es ja nicht drauf. Muss ich mal gucken. Und einer von After Eight. Und ich habe einen Tee-Kalender. Also ich habe eigentlich genug Adventskalender, aber ich dachte, ich gucke trotzdem mal, was gibt es denn da noch. Und bin auf den Alleskönner-Kiste-Adventskalender gestoßen von Cosmos. Und der eine oder andere weiß es vielleicht, der halt weiß, was die Produkte meines Shops waren. Ich interessiere mich durchaus sehr für Handarbeit. Und hier soll es 24 Überraschungstüten geben, gefüllt mit Bastelmaterial. Also was man halt so auf dem Cover sieht, wird es halt sich viel mit Filz beschäftigen, das Ganze. Weil Filz, muss man sagen, ist ein sehr dankbares Material. Man muss es nicht umnähen. Man kann sehr präzise ausschneiden. Es hat keinen unnötigen Plüsch oder sowas, was stören könnte. Es verfranst nichts. Filz ist ein super Bastelmaterial. Nicht so schön für Plüschtiere, aber gerade wenn ich nur einen Anhänger machen möchte oder sowas und jetzt nicht großartig eine Nähmaschine zum Beispiel habe, ist Filz sehr dankbar in der Hinsicht. Und ich habe mir den Kalender gekauft für dieses Jahr und ich habe aber auch noch den Kalender vom letzten Jahr. Weil das Schöne, was ich finde bei diesem Adventskalender, es steht nicht wirklich drauf, für welches Jahr es ist. Also wenn man auf der Rückseite guckt, gibt es den Copyright-Hinweis, was eigentlich das Einzige ist, was tatsächlich hergibt, aus welchem Jahr das ist. Copyright 2018, Kosmos Verlag. Ist jetzt der, den ich aktuell habe, das ist der für 2018. Ich weiß nicht, ob es vielleicht drin eine Broschüre gibt. Ich habe ihn noch nicht aufgemacht. Ob es vielleicht in dieser Box, es ist eine Riesenbox, eine Broschüre drin gibt, wo drauf steht hier Adventskalender 2018. Ähm, falls nicht, finde ich das halt sehr optimal, muss ich sagen, weil es dann eher dieser zeitlose Kalender ist, wenn ich sage, oh, ich habe jetzt, keine Ahnung, ihr seht jetzt irgendwie dieses Jahr die Videos von mir oder ihr seht Mitte 2019 Videos davon. Muss ja nicht von mir sein, sondern von irgendwem anders. Und ihr sagt, oh, mir gefallen die Sachen, die da drin sind. Das wäre vielleicht was Tolles für mich, für so kleine Bastelprojekte. Oder das wäre was Tolles für meinen Bruder, meine Schwester, meine Tochter, meinen Sohn, Neffe, Nichte, Cousin, Cousine, was auch immer. Freund, Freundin. Ja, ähm. Und dann sagt er, oh, mir gefallen die Sachen, den kaufe ich. Und dann kann keiner kommen und sagen, ich schenke mir einen Kalender. Sondern, äh, es ist halt einfach ein Adventskalender mit Bastelzeug drin. Finde ich halt echt gut, äh, finde ich eine super Entscheidung. Deswegen beim Coca-Cola-Kalender weiß man ja auch nie so genau, ist das jetzt vor diesem Jahr, ist das vom letzten Jahr. Steht vielleicht auch beim Copyright drauf, muss ich mal nachschauen. Ähm, deswegen habe ich auch nochmal den von 17 geholt. Weil, ich meine, wenn ich den Kalender aufmache, ist es eigentlich fast mehr oder weniger zu spät, einen zu kaufen. Wenn ihr die kaufen wollt, Links findet ihr unten in der Beschreibung. Wenn ihr jetzt schon sagt, oh, ich möchte den haben für irgendjemanden oder für mich. Aber vielleicht, wenn ihr sagt, oh, für nächstes Jahr wäre das vielleicht eine Idee. Dann könnt ihr euch in aller Ruhe angucken. Möchte ich vielleicht den von 17 holen? Möchte ich den von 18 holen? Oder nehme ich dann den neuesten? Weil man dann vielleicht auch beurteilen kann, okay, das, was jetzt vorne auf der Verpackung drauf ist, spiegelt jetzt nicht so wie bei, ähm, Movie-Trailern das Beste wieder, was in der, was in der Kiste ist. Sondern, ähm, das spiegelt so, sodass, sodass die allgemeine Qualität wieder. Ja, also, man kann nichts falsch machen, wenn man sie kauft, weil ich jetzt zwei Stück gesehen habe, wo eigentlich ganz gut gewesen sind von den Sachen, die drin waren. Versteht ihr so ein bisschen, was ich meine? Ähm, das bedeutet, da ich den von 17 noch nicht habe, den habe ich erst gekauft. Ich hoffe, er kommt im Laufe der nächsten Woche. Ähm, ich werde tatsächlich am 1. Dezember, das ist zum Glück ein Samstag, so viel aufnehmen wie möglich. Also, ich hoffe, ihr erwartet nicht, dass ich tatsächlich an jedem Tag so ein Ding aufmache. Und dann das Video dazu, weil ich komme teilweise zwischen 16, ja, eigentlich, also 16 Uhr komme ich eigentlich nie heim. Sagen wir mal zwischen halb 5 und halb 6 nach Hause. Es ist stockdunkel draußen, ich bin müde und dann soll ich mich hinsetzen und zwei Bastelprojekte machen, das Video noch rendern und hochladen, am besten noch bevor 21 Uhr. Schwierig. Ähm, weshalb ich die Sachen für eine Woche aufnehme, ich, ich spoiler das jetzt, äh, ich werde die für eine Woche im Voraus aufnehmen, das heißt, ich nehme Samstag auf bis Freitag, also bis mindestens Freitag und nehme dann Samstag wieder auf bis zum nächsten Freitag. Das heißt, ich werde am Samstag anfangen aufzunehmen und dann werdet ihr am Samstag auch, hoffe ich, die ersten beiden Türchen haben von Alleskönner Kiste Adventskalender. Und damit starte ich den neuen Channel und damit starte ich auch diese Bastelkisten-Serie, weil es gibt nicht nur diesen Kalender. Kosmos hat tatsächlich auch andere Alleskönner Kisten. Wenn euch sowas interessiert, könnt ihr ja mal ein bisschen bei Amazon rumsuchen, ich glaube, da kriegt man sie alle. Äh, könnt ihr gerne mal gucken. Ähm, ich möchte gerne jede dieser Kisten ausprobieren. Ich möchte jede nehmen und sie tatsächlich ausführen. Das, was drin ist, möchte ich ausführen. Ich möchte sehen, die Sachen sind alte 8 Jahre plus. Ich möchte gerne sehen, ob es tatsächlich so ist, dass ich das Ding dem 8-Jährigen oder einer 8-Jährigen vorlegen kann und sagen, hier, mach doch mal. Ich meine, ich bin kein Profi. Also ich weiß gar, ich gebe keine Ausbildung als Profi-Bastler. Ähm, aber ich bin jetzt zum Beispiel nicht mal eine gelernte Schneiderin. Das, was ich kann, habe ich mir alles selbst beigebracht. Das heißt, ich würde mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, so, ja, also jetzt aus meiner professionellen Meinung heraus würde ich ja jetzt sagen, dass diese Alleskönner Kisten eigentlich der letzte Müll sind, weil, also, alleine schon von der Qualität der enthaltenen Stoffe und anderen Bastelmaterialien ist das eigentlich überhaupt nicht den Preiswert, den ich dafür bezahle. Ähm, sondern ich möchte mich einfach hinsetzen, das Ding basteln, bestenfalls tatsächlich Spaß dabei haben und dann mich hinsetzen und sagen, okay, ich finde, es ist vielleicht ein bisschen zu advanced für einen 8-Jährigen oder für eine 8-Jährige. Oder ich sage, okay, kann man machen, bräuchte man aber vielleicht eher Erwachsenenhilfe. Oder ich sage, das ist eigentlich ein schönes Set, um mit Handarbeit anzufangen. Ja, also, was ich jetzt gesehen habe, ich habe die Kisten noch nicht aufgemacht. Ich kann halt nur das beurteilen, was vorne und hinten auf der Verpackung drauf ist, wo ich sage, okay, ich könnte mir vorstellen, dass es ziemlich simpel wird. Eine gute Einsteigerkiste oder wo ich sage, okay, sollte man vielleicht tatsächlich eher vielleicht mit was anderem anfangen als damit. Wenn wir uns aber in aller Ruhe angucken, also ich werde es mir in aller Ruhe angucken, ob ihr euch das anguckt, ist es natürlich die andere Sache. Ähm, das wird es aber halt auf dem Channel geben. Deswegen, wenn euch sowas interessiert, könnt ihr den gerne abonnieren. Ansonsten werde ich als Ankündigung schon mal vorweg keinen eigenen Facebook-Account machen für Nekos Toybox. Ich werde ganz frech meinen Nekogiri-Facebook-Account dafür nutzen, also Videos zu posten oder Infos zu posten für meinen Zweit-Channel. Ich kriege es ja schon nicht gebacken ein, einen Facebook-Account ordentlich zu führen. Und dann klebe ich mir nicht noch einen zweiten an die Backe, den ich dann auch nicht ordentlich führe. Und ich finde es ehrlich gesagt halt Blödsinn irgendwie für jeden Channel, den man aufmacht, einen eigenen Facebook-Account zu haben. So trifft sich alles auf ein und wenn dann jemand mal sagt, nee, ich will den Channel gar nicht abonnieren, weil das interessiert mich alles nicht und dann lade ich vielleicht doch mal ein Video hoch, wo er sagt, oh, das könnte ich mir vielleicht doch mal angucken, würde er das ja nie mitkriegen, weil er ja nicht den Facebook-Kanal von dem zweiten Channel folgt. Versteht ihr, was ich meine? Also, die Alles-Könner-Kisten-Advents-Kalender links dazu findet ihr in der Beschreibung, wenn ihr die euch gerne vorher selber kaufen wollt oder für jemanden als Geschenk. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr bei mir auf dem zweiten Channel reinguckt, wenn wir uns zusammen dann diese, also ich versuche mit euch zusammen, je nachdem, wer halt einschaltet, diesen Kalender durchzugehen, die Sachen da drin zu basteln. Ich bin mal gespannt, wie ich mich dabei anstelle. Ich gebe zu, also jetzt Filzbasteleien sind jetzt nicht meine Stärke. Eigentlich mache ich eigentlich gar keine Filzbasteleien, sondern halt nähen. Ich habe mir jetzt auch Häkelmaterial gekauft, also das ist eher so meins. Auch wenn das letzte Mal ich in der Grundschule gehäkelt habe, aber ich gehe davon aus, dass ich da durchaus noch so ein bisschen, also so ein bisschen Grundverständnis habe ich noch von der Geschichte. Filzsachen, weiß ich nicht, waren nie so meins, aber ich glaube gerade für Weihnachtsdeko, Weihnachten verbindet man sehr mit Filz, muss ich sagen. Also auch viele Sachen, die man kaufen kann, sind aus Filz. Wie gesagt, Filz ist ein sehr dankbares Material. Ist leicht zu verarbeiten. Und deswegen, es ist okay, es ist glaube ich nicht nur Filz drin. Ich habe da auch noch was anderes gesehen gehabt auf der Rückseite. Aber das gucken wir uns alles zusammen an. Insgesamt 48 Türchen mit Bastelmaterial gibt es auf Nikos Toybox. Und dann andere Bastelkisten, nicht nur von Cosmos. Ich habe auch noch ganz viele andere Sachen gefunden. Es ist so faszinierend. Ich liebe Amazon dafür, dass wenn man eine Sache angekriegt hat, dass man sofort Vorschläge für Sachen kriegt, die ähnlich sind. Und dann, ich bin da durchgescrollt und so, ach, das will ich haben und das will ich haben. Und, ach, das ist ja geil. Und das will ich haben und das will ich haben. Und, ach, das ist ja nett. Und das will ich haben und das will ich haben. Ich kann da durchaus ein paar Euros loswerden. Und, ja, ich würde sagen, das war es jetzt soweit an Infos. Wichtigstes für euch. Wichtigstes. Die wichtigsten Infos für euch. Konsolenspiele. Ich denke, ich werde damit 2019 wieder anfangen. Bis dahin werde ich hoffentlich soweit mein Setup fertig haben. Ich möchte einfach von euch wissen, wie wollt ihr es haben. Nochmal von vorne anfangen. Auf die PC-Version umsteigen. Bei dem einen Neuanfang. Bei dem anderen können wir es lassen. Oder sollen wir es ganz lassen und da weitermachen. Und eben der Zweit-Channel. Wenn ihr euch auch für andere Sachen interessiert, gerne dort vorbeischauen. Ihr könnt mir auch jederzeit hier auf dem Channel, hier unter das Video oder auf der Kanal-Diskussion, die es ja tatsächlich noch gibt, auf dem Kanal oder auf dem Zweitkanal schreiben, was ihr gerne sehen wollt. Ihr dürft mir auch gerne Vorschläge machen. Auch Gaming-Vorschläge. Also Spiele, die ihr gerne sehen wollt. Wenn ich sie habe und wenn sie auch, ich sag mal, meinen Geschmack treffen, können wir uns da gerne einigen. Ihr dürft gerne mit mir interagieren. Ihr dürft Vorschläge machen. Ihr dürft gerne mit mir in Diskussion treten. Ansonsten kann ich nicht auf Dinge eingehen oder versuchen einzugehen. Das ist natürlich mein Channel und ich sage, ich mache, was ich will. Aber wenn ich halt merke, okay, ihr wollt halt gerne das sehen, ich kann mich durchaus danach richten, dass ich sage, okay, dann mache ich halt ein Projekt so. Und das andere Projekt, das ist dann meine persönliche Spielwiese und da mache ich, was ich drauf Bock habe. Ja, wenn ihr sagt, oh, ich möchte gerne, dass du mehr Wimmelspiele machst, kein Thema, dann mache ich halt, versuche ich immer ein Wimmelbildspiel dabei zu haben und mache gleichzeitig halt das, worauf ich jetzt wirklich Lust habe. Wie zum Beispiel Bendy and the Ink Machine oder ich habe so viele tolle Games gekauft, die ich alle noch spielen möchte, dass ich halt immer gucke, okay, ich versuche es immer nebenher, das laufen zu haben, was ihr eigentlich gerne sehen wollt. Ich bin immer wieder offen für Vorschläge. Ihr müsst sie aber verbal aussprechen. Gedanken lesen funktioniert relativ schlecht, habe ich mir sagen lassen über das Internet. Und das war jetzt mein Statement der Woche, denn es ist Sonntag und ich mache jetzt Feierabend und wir hören uns entweder in einem anderen Infovideo wieder bei einem meiner Let's Plays oder vielleicht sogar auf dem Zweitkanal. Bis dann!